Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stray Part. Ja. Bevor wir weitermachen, seid doch so lieb. Ihr werdet gerne das Video, lasst ein Like, ein Abo, aktiviert das Glöckchen. Und viel Spaß. Ich dachte, wir holen hier unten einen Drink. Aber wir wollten eigentlich nur eine Erinnerung holen. Das heißt, wir fahren wieder hoch. Und sind wieder mittendrin. Ich habe jetzt eigentlich echt gedacht... Ah! Seltsames Getränk nehmen. Hat keiner gesehen. Ach, dieser Glöck ist scheiße. Als ich versucht habe... Ja, ja, das hatten wir beim letzten Mal schon. Das hatten wir doch schon. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Aber für wo ist der? Bühne. Kann ich hier irgendwo einen Hebel dransetzen? Nö. Also ich habe schon gesehen, dass das da oben ist. Aber wie komme ich da denn hin? Hier muss dann ja irgendwie ein Aufzug sein. Alex hat mich reingelassen. Alex hat mich reingelassen. Hi. Äh, okay. Amüsierst du dich, Kleines? Ja. Tu ich. Ich weiß nur noch nicht, wie es weitergeht. Ich soll da hoch, aber wie? Ich sehe hier nichts, was aussieht wie ein Aufzug oder so. Ich bin confused. Aber so richtig. Wo zur Hölle soll hier ein Hebel dran? Hier sieht nichts nach einem Fahrstuhl oder Lift oder so aus. Warte, war da gerade ein Y? Warum? Äh, seit wann kann ich Gegenstände aufheben? Als ob ich einfach die Musik verändern kann. Ähm, nice. Du hilfst mir das leider nicht. Aber cool ist es trotzdem. Alter, diese Lautstärke. Ah. Hätte ja sein können. Wo zur Hölle hat er diesen Hebel denn geklaut? Ich stehe auf dem Schlauch gerade, Leute. Warte mal. Vielleicht hier unten. Also ist jetzt nur eine Idee, aber... Weil da war doch auch eine Tür. Hier. Oder? Okay, das macht mir gerade irgendwie ein bisschen Angst. Hm. Schade. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass die Tür hier unten ist. Oh, bitteschön, brauche ich hier einen Hebel. Hallo nochmal, werter Gast. Ich hatte mehrere Beschwerden. Also nein, wir können die Holotänzer nicht deaktivieren, weil irgendein Idiot das lustig fand, den Hebelgriff zu klappen. Aha. Oh, du hast ihn gefunden. Dann bring ihn bitte wieder dahin, wo er hingehört. Ach, was. Was versuche ich denn die ganze Zeit, du Napfnase? Warte, aber er hat Holofiguren gesagt. Warte. Er hat Holofiguren gesagt. Ach, da. Ich bin genau da dran. Oh, wie dumm. Okay. Das klang so schrecklich. Ich will, dass ihr alle eure Prozessoren bis zum Maximum aufdreht. Jo. Ist richtig, Bruder. Alter. Okay. Also, ich schalte die ab und er macht sie wieder an. Was passiert also in der Zeit? Was passiert in der Zeit, wo ich sie ausschalte? Er schaltet sie wieder an, ja. Aber... Ach. Ach so. Ah. Ich muss also warten, bis das nicht wieder einschaltet. Aber... Ja, das macht er, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir wollen es ja ein bisschen spannend halten. Wenn ihr also auch sehen wollt, wie ich diesen provisorischen Aufzug benutze, seid beim nächsten Mal dabei. Und wir sehen uns bis dann, hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Euer Malvini. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.